Ich habe das kleinste Haus der Welt gefunden. Also wollte ich wissen, wie klein die Räume im kleinsten Haus der Welt sind. In den Eingang passe ich mit Jul schon mal nicht rein. Doch leider hatte der Bubble Tea Laden im kleinsten Haus der Welt zu. Allerdings habe ich dort drüber diese Schaufensterpuppe entdeckt. Es sieht so aus wie ein Lager, also sind wir in den Laden nebenan, um zu fragen, ob wir dort rein dürfen. Es war super unangenehm, aber wir haben einen Tipp bekommen, wie wir dort reinkommen. Ich bin die Wendeltreppe hochgesprintet und laut Beschriftung war diese Tür auch zu. Aber, was glaubt ihr ist dann passiert?